Mein Name ist Dominik Lewetzki. Ich bin 20 Jahre jung und studiere in Frankfurt Psychologie und Politikwissenschaft. Ich kandidiere auf Platz 10 der Grünen Liste für den Kreistag. Was mich motiviert, in die Politik zu gehen? Ganz einfach. Ich möchte, dass junge Menschen in der Politik nicht nur mitgedacht werden, sondern mitentscheiden. Denn ich als Teil dieser Generation von jungen Menschen kann, glaube ich, am besten entscheiden, was für unsere Generation richtig ist, was wir brauchen, welche Zukunft wir wollen hier im Rheingau-Tornus-Kreis. Geht am 14. März wählen. Ganz besonders, wenn ihr jung seid. Geht wählen. Ihr habt eine Stimme. Macht von ihr Gebrauch.